Was ist es für ein Gefühl, wenn du dir vorstellst, dass plötzlich diese Geschichte, in der du lebst, die negativ ist, vorbei ist und du in einem schönen Leben bist, so wie du es dir gerne vorstellst, wie du es gerne hättest. Und das andere ist Geschichte. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ohne negative Konsequenzen. Es ist vorbei und es geht dir gut. Es ist vorbei und es ist alles friedlich. Es ist vorbei und du fühlst dich weit an, zufrieden, dankbar. Das Leben ist schön, du könntest das Leben umarmen. Wie fühlt sich das bei dir an?